Liebe Musikfreunde, die Covid-19-Pandemie macht uns allen große Sorge. Aber die freiberuflichen Musikschaffende hat es ganz besonders hart getroffen. Das Lussoen-Festival hat eine Hilfsaktion ins Leben gerufen, bei der wir Solidarität beweisen können, indem wir Noten spenden. Auch du! Und das geht so. Spielt, singt, musiziert Beethovens Ode an die Freude und filmt euch dabei. đượcen, was die Freude und filmt euch dabei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017